Im Grad sagen wir es noch, dass wir Glück haben mit dem Wetter und jetzt. Aber hey, immerhin, wir haben Sonnenschein erlebt und waren am südlichsten Punkt der Continental-USA. Wir suchen uns jetzt noch ein kleines Café an der Beachfront, setzen uns dahin, gucken den Atlantik an, weil ich habe den Parkplatz gezahlt für anderthalb Stunden und den nutzen wir jetzt auch. Ihr seht, es ist nass, aber es ist sehr, sehr erfrischend. Moment, guckt mal. Also Key West ist super nett und super beachy, aber momentan halt auch super wettery und rainy und so. Ja, da vorne ist die Beachfront, da ist das Café, das southernmost Café of the United States oder so. Wahrscheinlich auch den most expensive one, aber es hilft ja nix mit den Touristen, gell? So, ich werde nass und nässer, daher off. Tschüss. Mein Bildschirm ist nass, ich kann nicht mal aufgehen. Sehr schön. Tschüss, habe ich schon gesagt. Ich drücke jetzt einfach drauf.